Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. In der letzten Folge haben wir den letzten Tempel gefunden, den Tempel des Chamäleons. Und Nickys Vater, dem es nicht mehr ganz so gut ging, würde ich behaupten. Ohne jetzt irgendwie gemein zu klingen, sagen wir, er war durch die Feuchtigkeit des Urwalls scheinbar gut konserviert. Aber ganz so gelebt hat er nicht mehr. Ah, jetzt muss ich ganz kurz den richtigen Weg finden, da drüben geht's weiter, da muss ich... Ja, okay. I got this. Das da hinten hab ich schon, ne? Ja, das hab ich schon geholt. Oh Gott. Es gab nicht nur einen Mini-Herzinfarkt gerade eben, es gab einen etwas größeren... Hallo? Frame Rate? Da ist auf jeden Fall bitten, wenn das käme. Mal gucken, ob Nicky schon da ist. Da hat sich die Frame Rate gerade etwas verabschiedet. Wo ist Nicole? Ich habe sie zurückgebracht. Honestly, Harry, ich weiß nicht, was ich dir sagen. Sie kam durch hier, und dann hat sie ein paar Worte, in was so wie eine native tongue. Und plötzlich, da war ein Passage zu diesen Ruinen, klar als Tag. Als ob es da gewesen wäre, wie sie da gewesen wäre. Ich fragte sie, wie sie wussten, dass sie da gewesen wäre. Und sie hat mir gesagt, dass ein Shaman hat sie gesagt, wie sie finden. Und dann, dass er sich helfen würde, ihren Vater zu retten. Der Vater ist tot. Wie wissen Sie das? Nicole und ich haben seine Riechen gefunden. Puh Kevin. Und puh Nicole. Das ist meine Schuld. Ich lasse Kevin. Er hat seine Gesicht. Du hast deine. Und ich wähle meine. Ich werde Nicole finden. Okay, da ist... Ein... Neuer Eingang. Da waren doch beim letzten Mal... Nicht mal diese komischen Steine. Die den Tempel zeigen. Da war ja... Moment. Ich habe gerade... Glaube ich diverse... Framerate-Probleme. Kann das sein? Hallo? Spiel? Ne, jetzt geht's wieder. Interessant. Jetzt wieder, wenn's ein neues Gebiet lädt. Ha. Mal schauen. Ach. Ne. Das war, äh... Denkfehler. Ich dachte, da kann ich drunter durchtauchen. Aber vermutlich muss ich... hier ein bisschen... äh... künstlich einen neuen Weg schaffen. Aber hier muss ich doch tauchen, oder? Hier. Ja. Hier muss ich definitiv tauchen. Warum? Warum... Hört ihr das? Uff. Ähm. Äh... Der ganze Spaß hier... kommt mir tatsächlich... gar nicht so sicher vor, würde ich behaupten. Irgendwann scheint es da vorne Wasser zu geben. Äh, äh... Wasser, Luft. Hallo? Harry? Schnappst du bitte Luft? Da war doch grad mehr als... genug Luft, die du, äh... hättest schnappen können. Hier schwimmen ein paar Stachelschweinchen durch die Gegend. Aua. Das sah aber irgendwie aus, als... ob die Stachelschweine da, äh... etwas vom Wasser überrascht worden wären. Altar der Zeitalter. Okay, es... scheint aber kein Tier, Alter. Ah! Du kommst! Hey, mein Freund Nicky ist missing. Und ich habe eine Hunde, dass du ein paar Antworten hast, die du noch nicht genannt hast. Ich musste sehen, ob du derjenige warst, bevor ich dir das erzählen konnte. Natürlich bin ich. Äh, derjenige, was? Derjenige, der die Artifizite finden. Sie haben 500 Jahre in diesen Tempeln gebraucht, um Kraft zu sammeln. Was Kraft? Die Macht, um die Tür zu öffnen, um Eldorado zu öffnen, und aktivieren die Tempel im Hintergrund. Ich habe mich zurück in meine Stadt, genau wie ich sie 500 Jahre alt bin. Und um zu schützen meine Leute aus den Spanischen Invaders. Du bist von der Vergangenheit? Ich habe mich zurück in die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen. Aber mein Vater, der King, hat sich in der Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen. Jeder wurde verletzt. Aber nicht bevor ich mich zurückgelegt in Zeit um zu verstehen, um meinen Vater zu öffnen. Plan? In diesen Tempel, mein Vater schlug die Artifizite, die du jetzt hältst. Also, das sind die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen. Und jetzt... Sie sehen die Schlage zu meinen Menschen. Also, sie sind wie Batterien? Ja. Ich wurde in diese Zeit zurückgelegt, um sie zu öffnen, um sie zu öffnen und zurückzukommen. Mit dem Macht der Artifizite, mein Vater wird wiederholfen, um die Tür zu öffnen, um ihre eigenen Vergangenheit zu öffnen. Daher werden meine Leute überleben, um ihre Leben zu öffnen, um sie zu öffnen, um die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen, um 1,000 Jahre zu öffnen. Das ist ein Rieske Plan. Das könnte auch so sein. Und er hat meinen Vater verletzt. Er wurde verletzt von Eldorado. Und er hat die Erde, die letzten 500 Jahre zu öffnen, um die Lebensversorgung zu öffnen, um die Prophäische zu kommen, um die Zeit zu öffnen. So er kann er zurück in den Vergangenheit und um das, was er begonnen hat. Er muss sich verletzt. Mein Vater verletzt, dass ein Mann von diesem Zeitpunkt, um die Artifizite zu öffnen, um die Erdorado zu öffnen. Puska glaubt, dass er sein Mann zu sein, St. Clair. Aber St. Clair ist eine falsche Prozesse. Naja, da tut sich jetzt aber genau ein Problem auf. Du bist derjenige, die Prophäische hat. Du bist derjenige, da bist du falsch. Ich bin nicht der 1. Ich bin nicht der 2. Ich bin nicht der 7. Ich bin nicht der 7. Vielleicht hast du gewonnen. Du hast gewonnen. Du sprichst zu hören, die voice von deinem Besten. Du kannst du helfen? Du kannst du helfen. Okay, das ist genug. Ich kann nicht mehr zu hören. Du hast bereits verletzt meine Leben. Du kannst ihn auch verletzt. Du kannst ihn auch verletzt? Du kannst ihn verletzt durch Puska. Und was du hier machst? Nicole ist verletzt und du hier spielst 20 Fragen mit... Dieser Jaguar ist verletzt. Er hat ihn verletzt. Er ist verletzt. Er hat ihn verletzt. Er hat ihn verletzt. Er hat ihn verletzt. Und dann meine Warnungen. Er hat ihn verletzt. Er hat ihn mit dem Macht der Sprache. Er hat ihn nicht mit Menschen, sondern seine eigenen Artikel. Ist das wahr? Na, nur die Sache über die Verletzung. Und die Verletzung. Und das Rest. Aber diese sind kleine Fehler. Und sie sind leicht überflucht. Puska hat das Artifact verletzt. Du musst du mir helfen. Wie er hat das letzte Artifact? Von dem, den sie nennen. Macalister. Willst du den Butterfly-Obsessed Jaguar-Cursor? Oder willst du Nicole helfen, der ist verletzt und braucht dich jetzt? Without you, all the people of Eldorado will be killed by the Spanish. Though it will happen 500 years ago, it will be your doing. Ich werde helfen. Was? Was? Oh... Fine! Abandone Nicole! The way you abandoned that Mr. Crane! You didn't care about Crane! And you don't care about Nicole! And you don't care about me! The one true friend you have! I'm gonna head back to the ruins where St. Claires men are and get myself captured. That'll get me into their camp and I can steal the final artifact. I'll meet you outside the gates of Eldorado. Be careful. Richtig, das Problem ist, dass uns das vierte Artefakt fehlt. So that was my great plan. Get captured on purpose by St. Claires men, get the last artifact and then fulfill an ancient prophecy by saving Eldorado. Me and my big mouth. Ja, Dinge, in die man durch Zufall reinstolpert. Teil 1. Ich hoffe, ich werde natürlich wieder... Nein, bitte... Wildschwein-Ding, geh aus dem Weg. Ich werde natürlich wieder von mir aus die Dialog-Lautstärke hochschrauben. Aber ich habe das Gefühl, dass standardmäßig die Prinzessin sehr leise gesprochen hat im Vergleich zur Musik. Äh... Okay, der Plan ist jetzt... Erstmal euch aus dem Weg zu schaffen. Wie kommen wir am besten zu den versunkenen... Ne, gefluteten Höfen? Manigate Territory... Ähm... Ach, guck mal. Da können wir auch noch irgendwas mit TNT machen. Okay, mal schauen. Mal schauen. Ich... Upsa. Nein, Harry geht da drauf. Warum... Warum nicht? Harry, bitte jetzt schnell. Da sind Piranhas. Möchtest du nicht? Ähm... Ciao. Sie nagen schon an deinem Hintern. Hörst du das nicht? Nicht? Die bessere Frage ist natürlich... Spürst du das nicht? Dieses Zwicken. Was machst du da? Kann ich eigentlich... Die Gifftpflanzen wegbomben? Das scheint zu funktionieren. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das funktioniert. Aber man lernt nie aus. Aber wenn wir jetzt... Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder ne Katzi, ne? Wenn wir zu den gefluteten Höfen kommen. Bin ich hier richtig? Dick. Bin mir grad etwas unsicher, ob ich hier richtig bin. Aua! Stromschock! Elektrizität ist Cheat! Ah, wo ging's dir denn raus? Das war doch hier... Ah, da. Das war hier doch so tricky. Ich erinnere mich... Aua! Würdest du bitte nicht? Elektrowells aber immerhin kriegen wir unseren Sauerstoff aufgefüllt. Renegade... Nein, Renegade Fort war aber falsch. Ähm... Moment. Ein Blick auf die Karte wird mir gleich verraten, inwiefern ich mich verlaufen hab. Äh... Wenn wir... Moment, was ist das? Butterfly Glade, Turtle Monument und dann über die Zwillingsaußenposten. Butterfly Glade... Butterfly Glade... Waren... Renn... Äh... Lass... äh... Lass die Eingeborenen Eingeborenen sein hier. Okay, ja, nee, das ist kein weiter Weg. Ich glaube, das längste an dem Weg sind die Ladebildschirme tatsächlich. Moment, das ist hier doch grad dieselbe Musik wie bei dem großen Baum, oder? Ach Gott. Da wäre mir grad fast die Tastenkombination nicht mehr eingefallen. Obwohl, wir hätten ja auch eigentlich zurückschwimmen können. Das hätte ja auch keinen Unterschied gemacht. Da kommen wir ja eh hoch aus dem Wasser. Und zum Schildkrötenmonument. Ich sag doch, das längste sind die Ladebildschirme. Oh Gott, hört ihr das? Meine Stimme macht schon wieder. Feierabend. Die denkt sich so, nö. Außerhalb meiner Arbeitszeit. Äh, Moment. Zwillingsaußenposten, ne? Ich will jetzt grad wieder zum, äh, zur Stadt der, der freundlichen Eingeborenen gerannt. Die Frage ist, gibt es hier noch irgendwas, was wir mit Dynamit machen, beziehungsweise weiterem? Ich meine mich nämlich an einen Ort zu erinnern, an dem wir noch nicht waren. Oder kommen wir da erst hin? Da haben wir noch Unexplored, aber das ist nicht das, was ich suche. Das müsste aber... Oder verwechsel ich da grad was? Es könnte sein, dass ich etwas sehr verwechseln. Native Territory, ne, dann, dann... Das war ja... Ne. Ne, ich scheine was zu verwechseln. Aber immerhin... Das ist voll gut mit dem Dynamit, gell? Oh. Hab ich da gerade das ganze Gebäude weggesprengt? Das wollte ich natürlich nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass das... Okay, anscheinend, aber auch nicht bei... Aha. Moment. Das... Schreibt doch nach Sieg... Ja, natürlich. Ich finde es geil, wie die immer in irgendeiner Sprache sich bedanken. Der hat jetzt zum Beispiel grad eben Danke, Danke gesagt, aber die haben auch schon Gracias oder so. Also, in irgendeiner... Die sprechen halt ja logischerweise, weil das ein Forschertrupp, der aus ganz Europa zusammengewürfelt wurde, ist sprechen die halt alle eine andere europäische Sprache und das ist voll cool. Allerdings, äh... Ist es immer random. Ich hab auch schon zweimal denselben gerettet, weil ich ein bisschen rumgefailt hab. Sprechen wir da nicht darüber. Und dann hat er sich zweimal in unterschiedlichen Sprachen bedankt. Das ist anscheinend eine Sache, die sehr random ist. So, komm! Euch! Ich bekämpfe die aber mal, weil ich gucken will, ob ich hier den ganzen Spaß auch sprengen kann. Also, ich geh ganz stark davon aus, dass ich das kann. Deswegen macht das das Ganze noch wesentlich interessanter. da könnte man mich fast mit einem von St. Clairs Männern verwechseln, wie ich hier mit dem Dynamit rumbombe. Geht das? Nein, das scheint nicht aufzugehen. Okay. Damit hätte sich das erledigt. Ups, ich wollte grad abmoderieren. Dann bin ich aus versehen ins nächste Gebiet gerannt. Und dann kam eine 10-Minuten-Cut-Scene. Nein. Anscheinend nicht gut. Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge lassen wir uns mal von St. Clairs Männern gefangen nehmen. Hehe. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Ich habe meine Abmoderation verkackt. Das ist mir noch nie passiert. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis dahin.